Seid gegrüßt Gaming-Freunde. Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Don. Ich möchte bei diesem Intro ein paar Informationen geben und komme gleich zu den wichtigsten Sachen. Mit dem Spiel Assassin's Creed Origins tauchen wir ins Ägypten vor der Periode 49 bis 44 bevor Christus ein. Wir werden hauptsächlich mit dem Hauptfigur Bayek unterwegs sein, wo wir jede Menge Haupt- und Nebenmissionen absolvieren werden. Es gibt auch zwei Missionen, wo wir als Ayo spielen. Auf dieser Reise werden wir noch ein paar andere interessante Charakter kennenlernen. Insgesamt ist es ein sehr gelungenes Spiel. Die Entwickler haben auch hier keine Mühe gescheut. Die Grafik ist super schön und es gibt genügend Abwechslung und Orte zu entdecken. Die Geschichte ist sehr spannend, obwohl ich mir ein anderes Ende gewünscht hätte. Ohne weitere Verzögerung starten wir ins Spiel. Viel Spass dabei, euer Don. So, wir haben hier drei Sluts und vier Schwierigkeitsstufen. Wir haben mal einfach, normal und normal. ist das, was mir zutrifft. Schwer brauche ich eigentlich gar nicht anzuschauen. Ein Albtraum. Ja. Das ist bestimmt nicht mein Niveau. Ich glaube normal ist eher das was mir zutrifft. Ich glaube normal ist das was mir zutrifft. Ich glaube normal ist das was mir zutrifft. Ich glaube normal ist das was mir zutrifft. Du bist der Magi aus Siva. Ich dachte die Magi wären die Beschützer des Pharao. Ich bin keinem Pharao verpflichtet. Siehst du das? Das ist doch mein Name, Neck! Wir werden dich finden! Wir werden dich finden! Wenn du schläfst! Schlaf! Ich schlafe nie! Ich warte nur in den Schatten! Und ich werde euch alle töten! Jeden der an diesem Tag dabei war in Siva! Das ist ein Versprechen! Okay, jetzt kommt dein Tutorial! Du hast meinen Herrn ermordet und mich für tot gehalten! Das war ein Fehler! Dein Herr war ein Mörder! Ich habe ihm die Treue geschworen! Das ist eine Frage der Ehre! Ich bin der Magi aus Siva! Dann bist du ein würdiger Gegner! Du magst schnell sein, Magi! Aber ich bin stärker! Welch Ehre, gegen den letzten Magi gekämpft zu haben! Ich bin der Magi aus Siva! Eine zerbrochene Waffe rätet dich nicht! Dieser Ort wird einem von uns als Grab dienen! Mögest du es sein! Lassen wir die Waffen ruhen! Du bist keiner von denen, die ich töten will! Eine Frage der Ehre! Wir kämpfen bis zum Tod! So soll es sein! Was ich frechst, dass du so? Der Kierk von dem Automaten hatte ich, was... Aber continuer zu machen! Oh! Here weh! Ah! Anubis erwartet dich. Okay. Nick, keine Ausgang. Hier gibt es keinen Halt. Ich brauche einen Weg in einen anderen Raum. Ich frage mich, was der wohl gegessen hat, da er so groß ist. Okay, so... Hier gibt es ein leuchtendes Dreieck. Okay, diese Waffe kann ich nicht nehmen. Die Skarabäen müssen irgendwo herkommen. Okay. 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 Okay, so here open. Ja, das macht nichts hin und weg. Ja, das macht nichts hin. 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 Aber das brauche ich. Ja, das macht nichts hin. Das wurde sicher schon vor vielen Jahrhunderten erbaut. Ja, das macht nichts hin. Die Reichtümer der Vorfahren. Ja, das macht nichts hin. Okay, so auch hier. Ja, das macht nichts hin. 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 Ja. Oh mein Gott, schaut doch noch diese Reichtümer an. Oh mein Gott. Okay, ich klambe hier aber nun alles. Okay, ich klambe hier. Okay, ich klambe hier. Okay. So weit, so gut. Aha, da oben, Licht. Okay, ich klambe hier. Diese Wand. Okay, so R1. Und hier unten geht auch schon die Party weiter. Soldaten. War ja klar. Was war das? Schnappt ihn! Stirb! Hilfziffer! Pass auf! Bayer, bist du das? Das ist dein Hinterkopf. Wem sagst du das? Da drüben ist er! Für die! Du solltest doch tot sein. Und du wirst sterben. Dafür sorgen wir schon. Ich muss mich zuerst an die Steuerung gewöhnen. Ich sehe, du hast neue Freunde. Sie wollten dir eine Falle stellen. Zum Glück war ich da, um dich zu begrüßen, hm? Es waren Monate. Du hast einen Bart, hm? Es war schon fast ein Jahr, mein Freund. Es fühlt sich gut an, rauszugehen und zu kämpfen. Ich bin aus der Übung. In Siva fügen sich alle den Soldaten aus Angst um ihr Leben oder Schlimmeres. Ich habe einen der Maskierten erwischt. Den Raya. Noch vier. Komm. Es war eine lange Reise. Du brauchst Ruhe. Ach nein. Keine Ruhe. Erst wenn die Gedärme aller Maskierten in der Sonne schmoren. Götter, wie du mir gefehlt hast.